Innovative Lösungen von BUDWAR Klemme zum Einbauen der dritten Dichtung Bevor Sie Fenster für Ihr Zuhause auswählen, sollten Sie darüber nachdenken, in welcher Technologie die Fenster hergestellt werden und womit sie ausgestattet werden. Es könnte scheinen, dass Sie schon in dieser Phase eine Wahl zwischen den Fensterrahmen mit zwei oder drei Dichtungen treffen müssen. Die Firma BUDWAR verfügt als einziger Hersteller über ein drittes Dichtungssystem, das auf einer innovativen Lösung basiert. Es ist ein System, das aus einem Clip und aus einer Mitteldichtung im Flügel besteht. Der Hauptvorteil des dritten Dichtungssystems ist Geringerer Wärmeverlust von bis zu 25% im Vergleich zu einer Standardlösung Zusätzliche akustische Barriere Die dritte Dichtung kann jederzeit während der Fensternutzung verwendet werden, ohne dass die Entscheidung bei der Bestellung getroffen werden muss.